Wir hören von überall, wie wichtig Deutsch ist. Eltern und Lehrer sagen uns immer weiter, dass wir Deutsch lernen sollen. Aber warum? Und wie fange ich an? Das Wichtigste ist anzufangen. Wir sollen nicht nur Grammatik pauken. Wir können zum Beispiel deutsche Instagram Reels anschauen. Das ist interessant am Anfangen. Oder Sie können mit verschiedenen Apps Deutsch lernen. Sie verbringen ein paar Minuten bei Lernen und so lernen Sie auch die Sprache. Und wenn Sie anfangen Deutsch zu lernen, können Sie direkt in unsere Sprachklasse kommen. In der Sprachklasse können Sie deutsche Sprachdiplom machen und an Kapfenfirmen um Sie und Sie bekommen viel Geld. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.